und damit ein herzliches willkommen zu einer neuen runde sims 4 machen weiter ich habe mal eine soundinstellung jetzt ein bisschen anders eingestellt weil ich darauf gefunden habe das ist natürlich ganz so immer so ist noch und ich gesehen noch lieber ein fan dieser wach mann du da rum hallo isst mal was nicht du ja isst du mal was ja 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 Tanzt du auch mal ein bisschen. Dann kann sie gleich ihre Motorik üben. Warte, 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 eine Art Gitarre. Warte, 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 kreativit. alles da war es und ja doch wenig platz dann ganz ehrlich warum hat sie davon zwei erstmal weg konsumiert wird so groß kreativ und ist aber auch bald zu groß ist das also warte so könnte sie ja theoretisch jetzt gehen wir ins bett einmal zum test jemand ins bett es geht ok geil 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 gut das funktioniert er wieder raus nach aus jetzt wusste ich gemacht wir ausschalten und hier kann sie jetzt zeichnen man kann das so entlegen jetzt jetzt geht es tatsächlich ist ja geil das kann man ja also verkaufen nein man das ist ein bisschen ist für die kreativität cool das haben was die motoren für die kreativität das heißt haben voll sind ganz geil da haben wir da manchen das geschenk gemacht also sozial ist ja schon auf 10 das haben wir schon hinbekommen also ich kann ja dann kreativtisch ein neues bildzeichen andere sims wenn sie geschichten erzählen und tagträumen nachhängen aus damit ich noch mal schwänz das haben wir jetzt schon öfters mal gemacht zweimal also so schlimm ist glaube ich auch nicht aber ja muss ein bisschen auf achten nicht zu oft aber die 10er kommen so lange an leute ländern habe ein paar 10 auch wenn das nicht so viele sind auch wenn es bei ihr ist anfängt als man er gerade ja dass ich immer machen alles das mutter auf 10 ja das noch was er sind auf 6 und kochen ich kann auch mal höher machen ja man hat ja noch einiges es sieht einfach umfassbar dumm aus wenn er gegen die wenn er gegen die wand redet na gut das jetzt machen ja mannay ja mannay jene mit dir mit ihnen hänke stammt so als sammste weil ich weiß nicht was da drüben weil die so abgeht er hier befolgen wie anordnungen und erfolgen er ist ja ganz praktisch immer als freundin zu haben okay zum aufzuquatschen dann kommt es mir nicht so ja 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 gut gut ja ich bin jemand schon okay da war mein kunden wollen fragen wir höflich nach vielleicht sagt er okay dann haben wir jetzt mal im bösen wollen das dauert mir zu lange aber in der gefängnis geschichte sehr sehr beeindruckt hat immer meine zeugen aussage ich zeig dir meine visitenkarte immer mal fingerpöke zeigen hast du denn erklärt wie die da hingeraten sind also ich habe eine erklärung du warst es aber er ist ja noch er ist die entscheidung zu sein es wird zeit in den bilder der noch einmal im polizei brüder nur gut gute arbeit wie ein käme weniger von straßen leider schafft das verbrechen nie er steht das würde ich nie und ja und das war ein neuer fahrten aber eine rede nach dem polizei brüder das also der viel talken dann angefangen hat er mal ganz kurz mit ihnen ist ja eigentlich charlotte schwarz sind d d d d d das ist nicht immer das schöne schulische geschlagen hat hänges in der du bist Fälle oder du musst ja in der Arbeit ich habe eben einen Fall gelöst boah da ist die alte Fies der fall zu weisung alter wie ist denn die drauf also anzumeckern bringe war das gekommen und hab den feier gelöst hey meine arbeitsweise nicht gefällt dann halten wir im maul so hinweise eine fallakt erst mal wieder anlegen wir schon okay ich habe ein paar hinweise hinzufügen und das wird ein weibliches mit jimmern theorien zum fall diskutieren ja wird es ist der Schultagel aus irgendeinem H H H H H H es ist ja normal passt schon noch mal machen kein problem normal normal noch mal noch mal die schule ist voraus als er wird in land gab gab schülern und zu zerkennen also können die wir auch mehr aus dem vorausschauern am mehr weise wir weiter an die jetzt einmal in zufüge die ganzen hinweise ich bin gerne auf kunden dass die welt die wir so einen langen uhr trägt tritt zum glück auch immer ok und doch mal in den nächsten was weiblich lange hose erwachsen triggertop wieder so an ein bisschen trainieren der am nächsten tag und sollen da kann man machen warum ich ach ist ja auch ich auch nicht mehr ganz so wichtig weil wir haben jetzt habe ich alles na gut klar und zur arbeit gehen tagesaufgaben erledigen gute beziehungen haben wir alles erledigt die ganzen tagesaufgaben wir finden auch voll machen kurz da kriegen wir ja 400 noch voll aber schon nach egal jetzt passt schon aber sie bock schon besser zunahmen man hat er zu berater war eben ein komischer schlag aber die box an sich schon viel besser zunahmen zu sagen